Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Supremacy 1914. Wir sind diesmal auf einer Südostasien-Karte. Wir starten selber als Burma. Und es ist halt noch eine frische Karte. Die Karte selber ist halt noch... Ja, gerade erst angelaufen. Also noch nichts Actionreiches passiert. Als erstes mal das Glücksrädchen. Laubpausen. Okay, eine. Gut, dann müssen wir auf jeden Fall noch unsere Rohstoffe mal so ein bisschen... Nein, nicht da. Da. Unsere Rohstoffe ein bisschen angleichen. Ja, wirklich angleichen können wir da gar nichts. Das ist schon mal sehr bescheiden. Hier können wir noch ein bisschen von Beinen etwas haben. Und wir haben... Ja, wir kommen zumindest mit dem Öl ins Plus. Ja, wir kommen mit allem Öl ins Plus. Das ist doch gut. So, vier. Haben wir halt bloß ein arges Getreide-Problem. Wir haben auch nur eine Provinz, die Getreide bietet. Und unsere direkten Nachbarländer... Ja, die bieten schon Getreide, aber nicht in dem Rahmen, dass wir dort erstmal pauschal einmarschieren können. Das heißt, wir werden also auf jeden Fall Getreide nachkaufen müssen. Diesbezüglich können wir doch gleich mal auf die Rohstoffbörse gehen. Die Preise sind halt noch ziemlich teuer. Ja, die Preise sind alle durchschnittlich. Nichts weltbewegendes. Wie viel verliehen wir denn? 122 in einer Stunde. Dann können wir das hier erstmal noch ein wenig laufen lassen. Wir können dann aber auf jeden Fall schon mal anfangen, Beherrämter zu bauen. 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 Toll. Wir brauchen ja Leute. Also entsprechend schön erstmal die Wehrämter reinsetzen. Zack. 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 Da auch noch. Schwuppdiwupp. Du fehlst noch. Wehramt bauen. Auch nochmal ein Wehramt. Bauen. Wehramt. Wehramt. Jawohl. So, haben wir das Ganze erstmal gemacht. Genau, das baut jetzt hier alles. Dann werden wir auch schon die ersten Werkstätten vorbereiten. Wir werden natürlich im Moment nicht überall bauen. Wir haben ja nicht Unmengen Material zur Verfügung. Zumal wir dann nachher im Laufe der Zeit ja auch noch ein paar Häfen bauen wollen. unsere Holz- und Eisenvorkommen sind zum Großteil an der Küste, bis auf das eine Gebiet hier oben. Das geht natürlich noch. Hier ist eine Doppelprovinz, werden wir also auf jeden Fall schon mal mit einer Werkstatt anfangen. Und da wir ja dezente Nahrungsprobleme haben, werden wir hier auch schon mal eine Werkstatt mit reinsetzen, damit wir dort im Laufe der Zeit zur Fabrik ausbauen können. Und dann klappt das hoffentlich. Großartig. Mit dem Krieg werden wir noch nicht anfangen. Wie gesagt, das ist noch eine recht junge Karte. Ich weiß nicht, was jetzt innerhalb der nächsten Zeit noch dazukommt an Spielern. Und da möchte man natürlich nicht unbedingt seine gesamten Truppen verheizen. Müssen wir natürlich da noch ein bisschen warten. Warum seid denn ihr hier so komisch angeordnet? Sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber okay. Lassen wir es so. Das wird jetzt dann entsprechend erst einmal einen kleinen Cut geben, weil wie gesagt, es ist noch nichts los. Es ist noch nichts passiert. Blick in die Zeitung lohnt sich auch noch nicht. Und von daher ein kleiner Schnitt. Und dann sehen wir uns wieder. Ein paar Stündchen sind vergangen und wir sind wieder auf unserer kleinen Südostasien-Karte. Wir haben jetzt die Werkstatt auf Stufe 2 gebracht. Dementsprechend werden wir mal einen Panzerwagen starten. Klack, klack. Und hier unten natürlich auch. Zack. Zack. Dann haben wir noch unser Glücksrädchen. Und das werden wir noch drehen. Blaupausen. Eine. Okay. Werden wir ja wahrscheinlich im Laufe des Spiels mehr als genug von sammeln. Ja, sind wie gesagt noch ziemlich viele Länder frei. Auch in unserer direkten Nachbarschaft ist noch einiges frei. Also hier unten ist noch frei. Hier ist frei. Die beiden indischen Teile sind noch frei. Hier oben ist auch noch frei. Okay. Nur hier unser Nachbar. Der ist besetzt. französisch, Indochina. Da. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, was der macht. Ich würde hier gerne ein paar Truppen zusammenziehen, dass wir hier oben ein bisschen mit einmarschieren. Das ist, was sind das hier überhaupt? Bangladesch. Äh, Bangladesch. Ja klar, Bangladesch. Da, wo die Billigklamotten herkommen. Werden wir mal ein paar Truppen zusammenziehen. Ich will jetzt auch nicht Unmengen hier zusammenziehen. Ich will ja immer noch ein bisschen Grenzsicherung haben. Ich weiß ja nicht, wer eventuell noch auf die Karte joint. Ob Freund, ob Feind. Von daher müssen wir da erstmal sehr langsam vorwärts gehen. Auf jeden Fall können wir natürlich hier unten den Fisch gebrauchen. Wir können das Öl gebrauchen. Und, ja, das Gras ist jetzt auch nicht ganz verkehrt. So, euch nehmen wir hier unten auch noch mit. Ihr habt aber einen sehr langen Wandertag. Also, das wird ziemlich lange dauern, bis ihr da seid. 13 Stunden. Also, das wird erst am morgigen Tag passieren. Ich weiß nicht, ob man noch mehr mitnehmen sollte. Ich meine, 30 Leute, das wisst ihr selber, sind nicht so viel. Aber, wer schon mal mit mir gespielt hat oder schon mal eine Staffel von mir gesehen hat, Ich bin am Anfang, was das Kriegstreiben oder das Kriegführen angeht, naja, doch nicht sofort derjenige, der am ersten Tag hier alles Mögliche angreift und erobert. Zumal ich nicht weiß, ob hier halt in Indien, beziehungsweise hier drüben in den Gebieten, ob da jetzt noch jemand joint oder ob da keiner joint. Da möchte ich natürlich auch nicht unbedingt, ja, nicht besetzte Provinzen haben. Von daher, wenn wir da erstmal gucken, dass wir hier mit den 30 ein bisschen vorwärts gehen, dass wir zumindest erstmal ein Dakar erobern, dann werden hier maximal noch 20 zur Verfügung. Das dürfte, könnte, sollte eventuell reichen. Aber das müssen wir dann abwarten. Das müssen wir sehen. Wir haben so auch noch keinen Kontakt zu irgendjemand anderem. Das ist am ersten Tag ja meistens sowieso schwierig. Da die Leute erst langsam auf die Karte kommen und das Ganze dann erst, ja, peu à peu losgeht. Zumindest haben wir jetzt erstmal die Panzerwagen in Auftrag gegeben, haben noch ein bisschen zusätzlichen Schutz. Die werden bis morgen Abend dauern. Ja, wir gucken, also morgen Vormittag sind hier die Truppen alle da und dann zum Abend hin sind die fertig. Ja, wird es vielleicht doch erst übermorgen, also an Tag 3, dass wir hier unten einmarschieren können. Bis dahin sehen wir auch, ob hier noch was gejoint ist oder nicht und wir haben keine Truppen unnötig riskiert oder gefährdet. Und dann würde ich sagen, behalten wir das so erstmal bei. Und dann sehen wir uns am nächsten Tag. Bis dahin sage ich Tschüss und Bye Bye.